Drei Dinge, die du beim Kauf einer Sonnenbrille beachten solltest. Erstens, deine Gesichtsform. Die Form deiner Sonnenbrille ist nämlich abhängig von deiner persönlichen Gesichtsform, denn deine Sonnenbrille kann das Gesicht ausbalancieren und die besten Merkmale des Gesichtes hervorgeben. Zweitens, Passform. Auch bei der Passform solltest du genau aufpassen, denn eine gut sitzende Sonnenbrille erhöht natürlich den Tragekomfort und du vermeidest unerwünschte Druckstellen auf der Haut. Und drittens, UV-Schutz. Zum Schluss ist noch der UV-Schutz entscheidend. Achte darauf, dass deine Sonnenbrille einen ausreichenden UV-Schutz bietet, denn die Tönung alleine schützt deine Augen nicht vor den schädlichen UV-Strahlen.